Na, wer ist denn das? Hi. Hi. Ich bin neu. Ich hänge dich auch noch kurz auf. Ja, noch mal. Na, mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet. Warum bist denn du jetzt hier? Ich war gerade unten bei dir in der Nähe und ich müsste mal dringend auf Klo. Darf ich? Ja, geh rein schnell. Puh, das war knapp. Du, sag mal, ich habe hier noch so einen schönen Liga-Meister-Kalke gestellt. Hopp. Hm, aber nur einen. Okay. Zwei Stunden später. Puh, ich glaube, mit dem Alkohol-Pegel fahren wir nirgends noch mehr hin. Fahre nirgends noch mehr hin. Was? Ich glaube, mit dem Alkohol-Pegel fahre ich nirgends noch mehr hin. Weil, Entschuldigung. Na, kein Problem, ich gehe auf der Kausse, sondern da passt für dich. Wohl, wohl. War ich jetzt schon? Ah, nee. Mann, Mann, Mann. Dabei wollte ich doch nur so einigen, weiß ich. Ja. War vielleicht auch ein bisschen viel, ne? 15,50? Und nachher so, weiß ich nicht. Ja. Weiß ich nicht. Wie viele haben wir? Oh, scheiße, Respekt. Ja. Ja. Ja, ich fahre nirgends noch mehr hin, wo wir wieder. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.